Weißt du, was lustig wär? Ein Witz. Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Legends. Zusammen mit Demias und der Korobai. Hallo. Heute auf Speed. Schnell voll, Leute. Und das war's auch schon. Tschüss. Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht. So, ich war der Hölle, hab mir das Zeug geholt. Auf Screen, hatte ich ja gesagt. Cheater. Und wir haben hier, ich hab da noch ein paar Blazerots mitgebracht und Magma Cream. Krasser Cheater. Ja, voll gecheatet. Und das heißt, wir können uns jetzt vielleicht das Magma Ding bauen. Magma. 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 Die Oma ist heute auch am Start. Magma. Magma. Oh Gott. Iphias Magma. Gewitter. Gewitter. Gewitter Oma ist richtig geil. Die geht immer. Die kann so einiges. Gewitter Oma. Impleather, was kann man damit machen? Äh, normales Leder kannst du draus machen, glaub ich sogar. Im... Impleather. Stimmt, aus vier Impleather kriegst du zwei normale Leather. Ja. Na geil. Und sonst kannst du ne Rüstung machen. Äh. Gebitar? Gebitar. Mir wurde noch gesagt in den Kommentaren, dass wir aufpassen sollen, wenn wir die Schmiede hochbauen. Ähm, es kann sein, dass es buggt. Wie? Also, wie es buggt? Ja. Ja, dass die Anzeige dann buggt halt. Ja, das ist normal. Das kenn ich. Das weiß ich. Das kenn ich. Das mag ich. Ich sehe nicht das erste Technikprojekt, was ich mache. Also ruhig mal. Ich wollte es nur gesagt haben, weil man muss ja auch die Interaktion mit dir zuschauen. Nein! Okay, Moment. Scheiße. Okay. Oh Gott. Ich brauche normales Glas, Leute. Und nicht das coole Ender-Io-Glas hier. So. Wo haben wir unsere Hirne denn drin? Hirne? Hm. Was willst du mit Hirn? Ich will gar nichts. Was? Das geht dich gar nichts an. Gehirne? Keine Ahnung. Kann man überhaupt irgendwas aus Gehirne machen? Hier, vier Stück sind hier. Ja, ich habe gerade hier gefunden. Was willst du mit Hirn machen? Gar nichts. Ich guck nur. Du kannst aus... Hey, du kannst... Man kann sich Gehirn craften. Man kann sich Gehirn craften. Ne, du kannst dir Gehirn aus... Also Leder aus Gehirn craften. Ja, dann kannst du ja ein Redstone-Furnace bauen. Könnte ich. Könnte auch lassen. Das wird heute ganz flexibel, der Goro bei. Öfter mal... Mal sagen, was los ist. Mal sagen, was los ist. Da kann man auch mal klatschen. Da kann man auch mal klatschen. Oh, das ist blöd, ey. Warum habe ich damit angefangen? Ich weiß das wirklich nicht. Die fucking Memes übernehmen das Internet, ey. Haben sie schon. Ist ja eh vorbei. Toll. Was? Na, man schon. Aber ich find's krass. Ich find's krass, dass... Reddit kennst du, ne? Ja, klar. Klar. Da sind ja so... Die Memes sind ja schon immer vier Tage vorher auf Reddit. Ja, ja. Und dann 9-Gag so, ey. Wir haben was Neues. Hm. Das ist schon... Manchmal sehr überraschend, was da so... Ja, ja. Auf Reddit wissen sie es alle schon eine Woche vorher. Und die auf 9-Gag denken sich... Ah, das merken die doch eh nicht. Viele merken das auch nicht. Nee, die denken sich, boah, geil. Boah. Also, dein Meme habe ich so vorher noch nicht gesehen. Das habe ich vorher so noch nicht gesehen, du. Kann man auch mal klatschen. Oh Mann, ey. Ist so blöd. Da haben wir Raw Plastic. Haben wir, geil. So. Na, haben wir. Was wir haben, haben wir, Nefi. Okay. Oh fuck, haben wir Obsidian. Also, Cadmium wird irgendwie nicht geschmelzt. 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 Das hat man einfach nur bekommen, wenn man den doofen Baum abgebaut hat, ne? Wir haben doch hier anderthalb Stacks. Das ist aber der falsch. Ach, nee. Kannst du brennen. Ja, genau. Wenn ich den brenne, wird der zu diesen Dingern, ne? Genau. Okay. Bin ich das erste Technikprojekt, was du startest? Ja, aber ich habe... Das letzte, was ich gemacht hatte, war mit anderen Rubber. Oh, nicht weinen, Nefi. Das war viel schöneres Rubber. Nicht weinen, Nefi. Kann das nicht, wenn du weißt. Hast du da eigentlich mittlerweile mal ein Feld angebaut? Ich mache das jetzt. Klar. Hast du echt? Ja. Auch mit Kartoffeln und Möhrchen? Ja. Wo denn? Möhrchen sind da noch nicht drin. Okay, ich hole die Möhrchen. Wo denn? Wo denn? Wo denn? Hier raus und dann rechts und dann siehst du das schon. Raus, rechts und dann sehe ich es schon. Da hinten hier beim Wasser. Ach, da. Hast du hier System drin oder soll ich die Möhre jetzt irgendwo hinknallen? Irgendwo hinknallen. Wenn es gewachsen ist, sieht man ja, was das ist. Zack. So. Genau, da sind Kartoffeln und das andere ist Weed. Weil Weed ist eigentlich gar nicht immer so schlecht, weil du kriegst ja aus einem Weed, kriegst du ein Brot. Das ist richtig. Das ist schon ziemlich awesome. Ich weiß gerade gar nicht, was ich bin. Rastlos. Du bist rastlos. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ähm. Klatschen? Ja. Da kann man auch mal klatschen, wenn man nicht weiß, was da war. Nee, so bautechnisch halt. Na ja, wir müssten einfach mal gucken, wie das hier weitergeht mit unserem Haus. Ja, eigentlich müsste die nächste Etage gebaut werden. Das können wir gleich mal zusammen machen. Ich baue ja auch schon Holz ab. Oder ich kümmere mich mal um den Keller, dass unter uns mal Ruhe ist. Das könnte auch geil sein. Sexuell erregend. Also geil. Okay, jetzt krieg ich Angst. Was denn? Ist das so? Ist das halt so. Wie viel ist das? Kann man? Okay. Das war... Jetzt habe ich Angst. Obsidian hatten wir nicht, ne? Obsidian. Weißt du, was ich jetzt auch mal eben machen könnte? Aber die Maschine können wir jetzt auch bauen, glaube ich. Ja, die können wir bauen. Und weißt du, was ich jetzt mache? Ja, bitte. Ich gehe Günther mal wieder fit machen. Günther. Der Alte. Ich packe jetzt alles mal hier rein in die Kiste. Wir gehen gleich schlafen, habe ich gehört. Schlafen jetzt? Ja. Nebeneinander wieder. Ja. Okay. Warte, ich... Komm mich nicht hinlegen. Mach dich mal so breit bei uns im Doppelbad. Ja. Das hat er nicht zuerst. Ich brauche halt meinen Platz. Also, ich wollte gerade sagen, das gönnt er sich nicht. Den... Den... Den willst, den will er nicht. So, ich gehe mal Günther fitten. 3... 3... 3... 9... 8... 10... Oh, ist der Zombie verbrannt. Und... Oh... So, Güntherchen. Boah, wenn ich jetzt wüsste, was da drin ist. Das ist Gold. Ey, die letzte Schicht ist immer Basalt, habe ich das Gefühl. Na, scheinbar kein Gold. Das ist scheinbar Elektrium. Ja, das kann sein, dass da Elektrum drin ist. Kann man auch mal klatschen. Ja, aber Elektrum haben wir halt nicht. Wie macht man das denn? Wie Elektrum haben wir halt nicht? Klar haben wir Barren Elektrum. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie viele Barren da noch reingehören. Ja. Ja, versuch's. Wenn ich halt einbarren Elektrum und guck mal, ob das reicht. Oh nein. Cobblestone everywhere. Ich will doch nur Kisten. Danke. So. Und was bist du denn für einer? Ja. Ich? Er ist ein Skeleton mit einem Hut drauf. Ich bin gespannt, was das für ein Hut ist. Ich bin gespannt, was das für ein Hut ist. Boah, Alter, ich komm nicht hin. Es war ein Mr. Hazard Mask. Okay. Keine Ahnung, was das soll. Das ist Basalt, das ist auch Basalt. Basalt nämlich wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, was das soll, aber man kann mal klatschen. Wir sollten damit aufhören. Bei jedem Klatschen geht die Zuschauerbindung runter. Glaube ich nicht. Ich möchte das nicht. Leute, ich möchte, dass ihr trotzdem zuguckt. Und dass ihr auch mal klatscht. Wenn ihr geklatscht habt, schreibt sie in die Kommentare. Verrackt. Ich überlege gerade, wo ich Günter jetzt hinstelle. Boah, das war nicht genug. Man könnte unter unserem Haus Günter buddeln lassen. Dann haben wir unter unserem Haus ordentlich Platz, ey. Ordentlich Platz, ich schaff dir das. Könnte die Löcher auch einfach mal zumachen wieder. Die Günter gemacht hat, damit das nicht so verschandelnde Löcher sind. Verschandelnde Löcher sogar. Hä, wo war das noch? Da. Das ist aber, das ist jetzt krass, ja. Das ist ne harte Aussage. Das hatte ich so jetzt. Puh. Es ist hart jetzt. Das ist, das macht das Projekt jetzt schon wieder ein bisschen. Weißt du, was lustig wäre? Ein Witz. Ja. Und wenn ich hier dieses Loch nicht zumache, also doch, wenn ich es zumache und nur einen Loch weglasse. Und du das halt nicht weißt und du dann einfach irgendwann reinfällst. Und alleine und du das halt nicht weißt. Das Schlimme ist, ich werde es vergessen und werde es selber reinfallen. Ja, aber das ist ja wohl richtig Badass. Also richtig Gemeinheit. Ja. Ob du das nicht weißt. Das Schlimme ist richtig schön. Nein, jetzt habe ich Erde weggeworfen. Die brauchte ich noch. Egal. Wieso hast du oben eigentlich jetzt hier das zugemacht? Wie zu? Was meinst du? Ne, erklär ich dir, wenn du wieder da bist. An der Treppe oder was? Genau. Warum nicht? Na, ich dachte, das wäre ein stilistisch... Du kannst es doch wieder aufmachen. Ich habe halt alles zugemacht. Ich dachte, das sieht cool aus, wenn man so eine Eingangshalle hat, weißt du? So, okay. Aber du, ich lass mich da natürlich auch gerne... Ne, mach ruhig, mach ruhig. Ich will dich da nicht aufhalten. Du willst dich da nicht aufdrängen? Ich wollte da nur mal klatschen. Kann da einer einen Counter machen? So ein Bing. Wenn ich dran denke, mache ich es selbst ins Video, aber ich denke nicht dran. Ist das blöd. Ich hoffe, die Leute wissen überhaupt, was für ein Meme das ist. Ich hoffe, wenn ihr das nicht kennt, ne? Also das ist auch schon hart bekannt eigentlich. Ja, aber es ist halt kein internationaler... Ne, aber gerade deswegen sollte man es ja kennen, oder? Ja. Finde ich. Fuck, jetzt habe ich keine Kohle dabei. Könnte halt einen Grundsatz, aber mit der Axt soll ich das vielleicht nicht abbauen. Bitte nicht. Und das Haus. Könnte so witzig werden. Und unter Maus ist so ein riesen Loch und dann fällt es einfach nur runter. Oh ne, das nicht. Ich wollte das so... Du Scheißding. Ja. Die Korallenriffe fehlen mir hier ein bisschen. Warum wolltest du ein Aquarium bauen oder was? Also... Ich hatte damals ein Haus über das Korallenriff gebaut und hatte dann als Boden das Korallenriff. Das war schon ganz cool. Okay, warte mal. Jetzt packe ich hier Cobblestone rein. Zack. Ich habe die Barrels benutzt. So. Kohle brauche ich. Haben wir noch Kohle? Ja, machen wir. Gut. Sogar einige ist noch an Kohle. Und wieder keine Ordnung hier drin. Ich dachte wir hatten eigentlich mal drüber gesprochen. Das hält bei Kisten nie lange. Hält bei uns nicht lange. Wir haben da halt drüber noch nicht geklatscht. Was war das jetzt? Ich habe geklatscht. Achso. Was hast du denn gedacht? Oder will ich das nicht wissen? Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Diamond Horse Armor? Gold Horse Armor? Genau. Düber Pferde? Äh... Ne. Und warum gibt es denn die Horse Armor? Keine Ahnung. Hält sich das dann ausgedacht. Mojangen. Wir patchen schon mal die Horse Armor ein. Dann freuen die Leute sich schon mal. Was die nicht wissen, das gibt die noch gar nicht. Das sind die Typen von Mojang, ey. Die fressen auch kleine Kinder. Was? Ja, ja. Wollte ich mal sagen. Ich glaube sie die anholen. Ja. Geh du mal am Cidian hoch. Wir können auch gleich die Folge beenden. Ja. Lass mal die Folge beenden. Schau mal wie geil da drauf ist. Schaltet da wieder ein. Und so weiter und so fort. Schaltet mal wieder ein, wenn ihr mal wieder klatschen wollt. Und dann... Denkt dran. Abschalten. Also bis dann. Tschüss. So... So... Die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal.